Ich grüße euch meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mal etwas Neues machen und ein bisschen über Reddit-Posts und generell News im Internet über Overwatch sprechen, was in der Szene so alles in der letzten Woche passiert ist und euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Es gibt einfach viele Diskussionen, Kommentare von Blizzard und kleinere News, für die sich so ein einzelnes Video wohl eher nicht lohnen würde, es aber trotzdem schade wäre, wenn es nicht in Erwähnung kommen würde. Also versuche ich in diesem Format einmal die Woche oder eventuell alle zwei Wochen solche Dinge für euch zusammenzufassen. Viele kennen den Subreddit für Overwatch, aber es gibt auch den Subreddit für Competitive Overwatch, der wie der Name schon sagt eher auf den kompetitiven Bereich und eSports ausgelegt ist und der offizielle eher um News, paar allgemeinere Unterhaltungen zum Spiel, Play of the Games und Memes eben. Hier erfahrt ihr von beidem die interessantesten Posts der letzten Woche. Fangen wir mit einem kleinen bzw. eigentlich sogar eher riesigen YouTube- und Reddit-Drama an. Und zwar hat ein Post in den letzten Tagen extrem polarisiert und es auch ganz nach oben auf die Frontseite geschafft, in dem der bekannte Overwatch-YouTuber O'Nickel an einen Pranger gestellt wurde. Ein User hat einen Post verfasst, in dem er gesagt hat, dass er bei O'Nickel bei einem Giveaway eine 50$ Steam-Karte gewonnen hat, die sie jedoch niemals erhalten habe. Und auf mehrere Kontaktversuche hin gäbe es keine Antwort, sondern lediglich eine Blockierung des Users von O'Nickel auf Twitter. Somit bat diese Person auf Reddit um Hilfe. Das hat natürlich viele Leser angelockt und eine richtige Hasswelle gegenüber O'Nickel ausgelöst, mit unzähligen Hassnachrichten auf Twitter und Reddit und selbst Morddrohungen. Kommentare wie, dass es unmöglich wäre, als so großer YouTuber mit fast 800.000 Abos Fake-Giveaways zu veranstalten und den Gewinnern nicht den Preis zu geben. Und nun wurde der Post mit über 22.000 Upvotes geschlossen, denn es wurde ein wenig weiter geforscht und es hat sich herausgestellt, dass dieser Nutzer alles nur erfunden hat und sich lediglich als einer der Gewinne ausgegeben hat. Dieser Gewinner hat aber seinen Preis bereits erhalten und ist auch schon vor einiger Zeit auf Twitter gepostet und sich dafür bedankt. Das Ganze wurde anhand der gefälschten Bilder und Nutzernamen aufgedeckt und er hat wohl in Erfahrung gebracht, wer der Gewinner war und dessen Benutzernamen unter Reddit erstellt, um diesem Post die nötige Glaubwürdigkeit zu verleihen. Auf jeden Fall war dieser Nutzer bereits bekannt für mehrere Fake-Posts auf Reddit. Einer davon war zum Beispiel der Eintrag Mein Sohn hat ohne meines Wissens Lootboxen im Wert von 8.000 Dollar gekauft und so weiter. O'Nickel hat dazu auch ein Video mit einer Stellungnahme gemacht, Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Was ich mit diesem Vorfall eigentlich auch nur sagen möchte ist, dass man nicht sofort dem Glauben schenken sollte, was man sieht und vor allem nicht sofort die Leute verurteilen muss, wenn etwas komisch oder eigenartig vorkommt oder eben aus dem Kontext gegriffen wird. Die nächste Unterhaltung wurde von Taimu ein wenig angeheizt. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist ein Profispieler für Team Envy und einer der besten McCree-Spieler der Welt. Und zwar hat er auf Twitter die Aussage gemacht, dass die Hanzo-Buffs auf dem PTR extrem stark sind und uns eine Hanzo-Meta bevorstehen könnte. Wir haben uns ja letzte Woche bereits die PTR-Updates angeschaut und Hanzo bekommt drei entscheidende Buffs. Einerseits kann nach dem Wall-Climb direkt geschossen werden, also ohne Verzögerung. Die Pfeile laden sich um 10% schneller auf und der wohl entscheidendste Buff ist, dass man den aufgeladenen Pfeil zu einem Wall-Climb hin mitnehmen kann und die Aufladung nicht verloren geht. Das betrifft zum Beispiel auch den Scatter-Pfeil, den man voll aufgeladen weiterhin nach einem Wall-Climb hat. Eine weitere Änderung, die einem Reddit-Nutzer aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Ulti von Hanzo nun eine etwas andere Mechanik besitzt. Und zwar schießt Hanzo ja erstmal einen normalen Pfeil für eine gewisse Distanz und es bildet sich erst dann der Drache. Und Gegner, die sich zu nahe bei Hanzo befinden, werden quasi von dem Drachen komplett ignoriert und nicht getroffen. Nun soll die Änderung so sein, dass wenn man die Ulti gegen eine Wand feuert, dieser initiale Pfeil an der Wand direkt gestoppt wird und sich dann der Drache bildet, also quasi sofort an der Wand. Das gilt nicht nur für Wände, sondern eben für alle Gegenstände, die die Sicht und Projektile blocken. Das würde nochmals einige Möglichkeiten für die Ulti eröffnen und etwas mehr Kill-Potential mit sich bringen. Ich persönlich sehe diese neuen Hanzo-Buffs auf dem PTR ebenfalls als sehr stark an, vor allem die Sache mit dem geladenen Pfeil nach einem Wall-Climb. Das kann Hanzo einfach extrem gefährlich machen, kurz über eine Wand schauen und den Pfeil abfeuern. Das war vorher einfach nicht so stark und gefährlich, nun aber umso krasser. Der nächste Beitrag ist auf die Ulti von Genji bezogen. Genji bekommt erstmal einen minimalen Buff, für einige von uns zumindest, denn es war immer so, dass die Anzahl der Schwerthiebe von der Latenz abhing. Das hieße dann, dass einige Nutzer mit einer schlechteren Latenz sieben Schläge ausüben konnten und Spieler mit einer besseren Latenz wurden quasi etwas bestraft und konnten lediglich sechs Schläge machen. Nun wird die Anzahl fest angepasst, dass jeder die sieben Schläge machen kann. Eine weitere Änderung, die auf dem PTR kurzzeitig möglich war, bezieht sich auf den Wall-Climb mal wieder. Genauso wie bei Hanzo kann Genji nun ja direkt nach einem Wall-Climb angreifen, was ihn wesentlich schneller macht. Das Interessante ist jedoch, dass diese Mechanik sich scheinbar mit der Ulti kombinieren ließ und die Schwerthieb-Animation somit einiges beschleunigt hat. Hier ist ein Ausschnitt eines Users, der ganze 17 Mal hintereinander angreift. Das funktionierte so, wenn ihr nach jedem Schwerthieb kurz eine Wand mit einem Wall-Climb berührt, dann konntet ihr direkt wieder zuschlagen. Somit konnten wesentlich mehr als die vorgesehenen sieben Schwerthiebe durchgeführt werden. Ich bin zwar froh, dass es nun doch gefixt wurde, allerdings glaube ich nicht, dass es eine so immense Relevanz hätte, da die Koordination viel zu schwer ist und total situationsabhängig. Ihr müsst quasi immer an einer Wand stehen oder euch im besten Fall in einem Raum befinden. Also interessant zu wissen, dass es ging und sicherlich sehr witzig zu sehen, aber eher irrelevant für das eigentliche Spielgeschehen, da es nun auch wieder aus dem Spiel entfernt wurde. Ein weiterer Reddit-Eintrag war ziemlich interessant, denn hierauf hat Blizzard geantwortet und zwar ging es um neue Fadenkreuz-Typen. Wie ihr ja alle wisst, kann man die Fadenkreuze in Overwatch vom Standard wechseln, in einen Punkt zum Beispiel, einen Kreuz oder Kreis und eben die Farbe anpassen. Nun gibt es in den anderen Spielen wie CSGO zum Beispiel natürlich andere Fadenkreuze und es gab wohl bereits mehrere User, die nachgefragt haben, ob man nicht ein paar mehr Typen in das Spiel einbringen könnte, damit die Spieler, die von anderen Games kommen, es eben einfacher haben. Blizzards Antwort darauf war, dass es eine recht einfache Anpassung wäre und man sich gut vorstellen könnte, neue Fadenkreuz-Typen in Zukunft in das Spiel einzubinden. Finde ich persönlich sehr gut und ich glaube auch, dass es tatsächlich nicht schwer sein sollte, da etwas zu kreieren. Ich persönlich benutze hier einen grünen Punkt, aber eventuell würde ich mir da auch noch ein paar andere anschauen, je nachdem, was so dazukommen wird. Die nächste Unterhaltung dreht sich um Orisa und ebenfalls die neuen Änderungen auf dem PTR. Einerseits wurde ihr Schaden um 15% reduziert, dafür jedoch der Barrieren-Cooldown von 12 auf 8 Sekunden verändert. Nun haben wir ja einen Nerf und einen Buff zeitgleich und die Diskussion ging in die Richtung, dass der Nerf auf der Waffe wesentlich entscheidender wäre als der Buff auf der Barriere. Einerseits wird gesagt, dass Orisa nun wesentlich schlechtere Überlebenschancen gegenüber Flankern hätte, weil sie sich nicht so gut wehren kann und die Barriere an sich würde kaum einen Unterschied machen und soll lediglich in die Richtung gehen, in die Blizzard Orisa von vorne herein haben wollte und zwar als potenzieller Reinhard-Ersatz. Die Änderung würde viel von ihrer Einzigartigkeit als Tank wegnehmen, also ein Tank, der auf große Distanz gespielt werden kann, da die Waffe eben darauf ausgelegt sei und dass der Barrieren-Buff sie lediglich zu einem schlechteren Reinhard machen würde. Und obwohl dieser Beitrag sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, kann ich persönlich nicht so ganz zustimmen, denn erstens wissen wir gar nicht so genau, wie sich das Ganze auf das Gameplay auswirken wird und zweitens stelle ich mir den Buff auf der Barriere schon sehr stark vor, vor allem eben an Choke-Points oder sogar auf Payloads. Ich denke, dass wir gerade bei dieser Änderung erstmal schauen müssen, wie es sich auf dem Live-Server spielen lässt. Die finale News heute dreht sich um Lootboxen. Auf der chinesischen Overwatch-Seite hat Blizzard die Chancen für epische und legendäre Items veröffentlicht, beziehungsweise war gezwungen, diese zu veröffentlichen, denn in China ist vor einiger Zeit ein Gesetz durchgekommen, das Spieleentwickler gezwungen hat, die Chancen für solche Glücksspiel-basierten Dinge, wie zum Beispiel Lootboxen oder Karten-Packs und so weiter zu veröffentlichen. Und das war vor allem in Bezug auf die ganzen Mobile-Games, die ja erstmal kostenlos erscheinen, aber dann mit extremen Kosten verbunden sind, weil man sich dort eben auch Arten von Lootboxen und so weiter kaufen konnte und man sich nie sicher war, wie hoch die Chancen sind und es somit dem Glücksspiel ähnelte. So musste auch Blizzard die Zahlen rausrücken und diese sehen wie folgt aus. In 5,5 Lootboxen erhaltet ihr im Durchschnitt einen epischen Gegenstand und in 13,5 Lootboxen einen legendären. Das wurde dann nochmals genauer berechnet und die Chancen sind somit 16,8% für einen epischen Loot und 7,2% für einen legendären. Natürlich bedeutet das, dass es sich lediglich auf den gesamten Durchschnitt bezieht und dabei auch doppelte Skins oder die goldenen Truhen mit inbegriffen sind. Die Chance für 2 legendäre Items liegt bei 0,21% und für 3 legendäre Items bei 0,003% und für ganze 4 legendäre Items bei weniger als 1 zu einer Million. Ob uns diese Info nun so viel weiterhilft, glaube ich zwar nicht, aber es ist dennoch interessant zu sehen, dass es eigentlich recht human gehalten ist, was die Chancen angeht, vor allem wenn man sich dazu entscheidet, ein paar Lootboxen zu kaufen. Dann wären wir schon am Ende des heutigen Videos. Gebt mir doch euer Feedback in den Kommentaren, eventuell zu den einzelnen Themen, die ich angesprochen habe und ob euch ein solches Videoformat mit mehreren Dingen oder News, die in der Welt von Overwatch so passieren, interessiert und ich es weiterführen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie immer, passt auf euch auf, euer Oleg, haut rein! Euer Oleg, haut rein!